Guten Tag, sehr geehrte Jury und liebes Publikum. Ich heiße Bindu. Zurzeit besuche ich die vierte Klasse der Wiener Mittelschule Kawagasse. Ich habe mir das Unterthema Europa, die Welt und wir ausgesucht. Heute werde ich meine Rede auf Deutsch und in meiner Muttersprache Bangla halten. Kein Mensch auf der Welt verlässt freiwillig sein Zuhause. Es gibt immer einen wichtigen Grund, warum man diesen Schritt macht. Vielen geht es im eigenen Land schlecht. Entweder herrscht Krieg oder sie haben keine Chance auf ein gutes Leben. Es gibt noch die andere Länder, die Welt nicht mehr, oder die Welt nicht mehr, oder die Welt nicht mehr. Es gibt noch eine Chance auf ein wenig. Es gibt noch eine Chance. Und wieder die Menschen mit einem eigenen Land schlecht zu machen. Nein, eben nicht. Trotzdem leiden fast immer nur Unschuldige unter Armut, Krieg und Verfolgung im eigenen Land. Aber auch wenn in einem Land kein Krieg herrscht, heißt das noch lange nicht automatisch, dass es allen Menschen in diesem Land auch gut geht. Aber auch wenn ein Mensch in diesem Land auch gut geht, ist es ein Mensch, dass es ein Mensch in diesem Land auch gut geht. Ich glaube, es ist ein Mensch, dass es ein Mensch in diesem Land auch gut geht. Ich glaube, es ist ein Mensch. Meiner Meinung nach ist hauptsächlich Macht, Korruption und Geldgier Schuld an der Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Warum ist das so? Die Reichen bauen Mauern, nicht nur in der Realität, sondern auch in ihren Köpfen. Sie wollen nicht teilen und auch nichts hergeben. Warum will keiner von diesen Reichen verstehen, dass wenn sie etwas von ihrem Reichtum hergeben, sie noch lange nicht ärmer werden? Ich bin nicht reich, aber trotzdem kann auch ich ein bisschen etwas abgeben. Das kann jeder und jede. Menschen in Kriegsgebieten oder armen Ländern haben sich ihr Leben sicher nicht ausgesucht. Viele Kinder hier in Österreich jammern die ganze Zeit, dass sie nicht lernen wollen, weil sie dazu zu falsch sind und die Möglichkeit auf Bildung nicht schätzen. Sie wissen anscheinend nicht, dass viele Kinder in anderen Ländern auch in der Nacht arbeiten müssen, damit sie in der Früh zur Schule gehen können oder überhaupt was zu essen haben. Wir können nicht einfach. Wir können einfach nur da sitzen und meinen, dass Armut geht uns nichts an, nur weil sie nicht in unserem Land passiert. Das ist egoistisch. Das ist das, was für uns. Also vor vier Jahren habe ich meine Heimat Bangladesch verlassen und bin mit meiner Familie nach Österreich gekommen. Der Grund, warum meine Eltern mit meiner Schwester und mir die Heimat verlassen haben, war, um hier in Österreich bessere Zukunftschancen zu haben. Mein Vater hat sich damals Österreich ausgesucht und meinte, dass es uns hier besser gehen würde. Am Anfang war es hier sehr schwierig für mich. Ich hatte ein neues Land und eine neue Sprache. Ich konnte kein Deutsch und hatte auch keine Freunde. Nicht nur mir fiel das Leben hier am Anfang schwer, sondern jedem aus meiner Familie. Aber nach einiger Zeit habe ich mich an alles gewöhnt. Und seit ungefähr zwei Jahren fühle ich mich in Österreich zu Hause. Ich würde mir wünschen, dass in Zukunft auch andere Menschen die Möglichkeit bekommen, in einer neuen zweiten Heimat ein besseres Leben zu führen. Deshalb baut keine Mauern, sondern Brücken. Baut keine Vorurteile gegen andere Menschen auf, sondern sucht das Gespräch mit ihnen. Versuchen wir in Europa gemeinsam ein Gespräch mit der ganzen Welt zu führen, anstatt uns gegen andere Länder abzugrenzen. Denn nur gemeinsam können wir versuchen, die Welt zu verbessern. Das ist eine große Herausforderung, anstatt uns gegen andere Menschen auf der ganzen Welt zu führen, anstatt uns 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 anstatt. Applaus 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 Applaus